Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Walking Dead Season 2 Part 30 Jetzt sind wir jetzt also 13 Auf jeden Fall beim letzten Mal haben wir versucht Luke und Sarah zu retten Die wir natürlich lautstark aus einem Container haben brüllen hören Und haben die Hupe betätigt, sind in ein Haus reingegangen und ich wurde von hinten attackiert Ob wir es schaffen Luke und Sarah rauszuholen? Seht ihr jetzt? Holy God damn What Jesus? Oh ja, das ist schon mal Wow, das hat ja echt funktioniert Oh really? It's locked, then try something else You're gonna need to use more force than that, put some muscle into it I'll hold them off, just get us in there So, jetzt sind wir auch gefangen, hervorragend Help me block this Hurry Okay, nice to do Who's out there? Luke Clem? Oh, thank God Did Nick find you? He made a run for it Looking for help I... I saw him outside Look, he was out there But we took care of him You know Fuck Fuck When I heard you all banging through the door I thought the walkers come to take what's left of us Luke, where's Sarah? I... I don't know what to do about her What's the matter? You got to help Ah, die ist wahrscheinlich total geschockt und Sarah, come on We... we have to go now Shit What's she doing? Can you get up? I don't know what to do I can't snap her out of it Okay, I tried to carry her But I... I guess Carver messed me up pretty good back there I don't know It was just after Carlos She just lost it Started running through the woods like a maniac I... I chased her for I don't know how long And then While she saw this mobile home Made a beeline right for her I'm just glad y'all are here You're not out of the woods yet What are we gonna do about her? We gotta do something Maybe she'll listen to me Maybe Listen, I, uh They're gonna tear this place open pretty soon We can't stay So we gotta get her up or we gotta... I've been trying I've been trying for hours I can barely get her to look at me Clam Sarah, it's me I know how you feel right now It's one of the worst feelings in the world Ever since The Walkers So many people I know have died People I love And for stupid reasons Crap, we're surrounded What? What about the skylight? All we got Clam There's no time Clam Listen, Jane might be right When everything started I met my friend Lee He tried to help me find my parents He protected me more than anyone else in my whole life He died to keep me safe I was so scared But you're still here Because he taught me to be strong Even when I'm scared Because he wanted me to live And your dad protected you Because he wanted you to live He would still want that Yeah, the flashlight is a little bit destroyed But I think Get to the skylight, now! Come on, I'll boost you Oh, shit What's going on back there? My ribs We're going to need something to stand on Luke, get over here, help me hold this Clem, see what you can find Oh, my fucking God Can't we use this? He's not big enough The fridge Forget it That thing ain't budging Find something else Can we use that? Yeah, that would work What? Oh, shit Okay On three One Two Three Come on, come on, come on Oh, my God Oh, my God We need to do this Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Okay, geh, geh! Keep pushing! Geh! Luke, du erst. Wir brauchen dich oben. Die Frau ist ganz stark. Ich hoffe, er kann uns alle halten. Ich hoffe, sie schafft es noch. Wir müssen gehen. Sarah. Komm schon! Wir brauchen eine Schelle. Ich hoffe, es funktioniert. Oh mein Gott. Das ist cool. Das ist echt cool. Ich hoffe, ich freue mich schon so... ...heftig auf den dritten Teil, Alter. Das wird so was von geil. Ich glaube, wir haben einen Ton-Bug drin. Ich bin... Du bist gut, rausgekommen. Jetzt musst du es aufhalten. Aber... Ich bin nicht okay. Juste... nicht mich auf. Bitte. Sie braucht ein wenig Zeit, Clem. Lege sie ein bisschen. Ich weiß nicht über das. Wie sie ist, wird sie Probleme geben. Oh mein Gott. Okay. Was ist da passiert? Als wir da sind, du bereit bist zu helfen. Aber dann... etwas verändert. Ich habe... Ich habe das schon gesehen gesehen. Ich habe einfach nicht gewusst. Ich habe einfach nicht gewusst. Entschuldigung. Ich... Ich bin nicht so schwer. Es ist einfach so, wie es sind. Es ist okay. Ich verstehe. Dinge sind immer einfach einfach. Und... weil du sie heute ausfüllen hast, das bedeutet, dass du sie schiefst. Ich glaube. Ich versuchte, dass du sie schiefst. Aber sie... hat sich nicht gewusst. Ich... Ich kann nicht glauben. Als Sie gesagt haben, ich war der erste auf der Welt. Ich habe schon gemacht. Luke. Du kannst es nicht schiefst. Du kannst es nicht schiefst. Ich kann es nicht vergessen. Ich kann es nicht vergessen. Ich schiefst meine Freundin über vier Städte. Und jede Morgen, sie würde sagen, dass sie nicht aufstehen. Also, ich würde sie überzeugen. Oder sie schiefst. Oder sie schiefst. Oder sie schiefst. Wenn ich sie hätte. Bis zum nächsten Mal. Die Walken haben uns geflogen. Wir schiefst uns auf den Boden. Und wenn sie aufstehen, ich... Ich konnte sie nicht schiefst. Ich konnte sie nicht schiefst. Ich konnte sie nicht schiefst. Also, ich versuchte etwas anderes. Ich sagte, sie könnte sie haben, was sie wollte. Und ich schiefst sie dort. Und ich schiefst sie. Ich schiefst sie nach dem nächsten Geburt. Ich schiefst sie mit mir selbst. Du schiefst deine Freundin? Und dass sie richtig ist? Jane? Keine Wege für ihre eigene Sicherheit. Oder unsere. Sarah und Jamie sind nicht die gleiche Person. Wir wissen nicht, dass sie so endet. Leute ändern sich nicht. Komm mal, wir gehen zurück zu deinen Freunden. Wenn ich nicht für Clem und Jane war, dann weiß ich was. Sarah, wie geht's dir? Das ist okay, Frau. Wenn du bereit bist, bin ich glücklich, dass du hier bist. Warte, warte, wo ist Nick? Rebecca, wie geht's dir gehen? Wir geben ihm etwas Platz. Ich habe etwas, was ich mit dir sprechen. Nein! Nein! Ich werde das nicht schmerzen. Das Baby ist noch schneller, als Rebecca ist. Aber ich hoffe, dass du es wissen kannst. Luke weiß nichts über Baby? Hat er, ich weiß nicht, erwähnt Carlos, was ihm etwas zu erzählen? Kenny hat eine Familie, er kann helfen. Wo ist er? Er hat eine Serieta in, nicht lange nachdem du bist. Ich weiß nicht, ob er es noch gemacht hat. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich glaube, er ist nicht gut. Ich habe ihn so gesehen. Ich habe ihn so gesehen. Ich denke, du könntest ihn mit ihm sprechen. Ich denke, wenn es nur jemand, den er gut kennt, du kannst ihn mit ihm sein. Und ich würde dich nicht fragen, dass du es tun kannst, wenn es für das Baby nicht wäre. Ach so, die paar Meter können wir jetzt selber laufen. Okay, nice. Sieht wohl so aus, als hätte er schon gedacht. Ich glaube nicht, dass er gut geht. Ich glaube nicht, dass er gut geht. Aber ich80t bin. In case by some crazy chance She didn't come back That beautiful face Sarita was a good person I liked her You know what it feels like To get beaten Almost to death Peaceful It feels peaceful It was like I was floating away Watching the whole thing happen to me And then I woke up again And nothing's changed I'm still taking a beating Every day Duck, Katja, Sarita No peace No rest The punches just keep coming Kenny, you're not You're not dead We need you Oh yeah Cause I've done so great With everything else in my goddamn life Why the hell could Carver Have just finished me off Obviously I ain't helping anyone By being here That's not true You help me All the time I need you I've seen you take care of yourself More than any three adults put together But uh Thanks for saying that I don't worry yourself about this It's nothing Hadn't kill me yet anyway It looks like it must hurt Well Oh shit Does that mean what I think it does? What are we supposed to do? We should see what's going on Hmm Are you okay? How does it feel? It feels wet That's how it feels What's going on? Rebecca's waterboat Ah Oh Christ We should I don't know what we should do Oh fuck Ich frage jetzt einfach mal drum Ich weiß, dass es Kenny, thank God I think the baby's coming What do we do? Alright, alright Give me a second No way can Rebecca Trapper like this He's right She's gonna make a lot of noise They'll be able to smell her too Now you got no choice but to lock down and ride it out What should we do first, Kenny? Kenny, come on, you gotta fuck it Right, right, sorry Clean water for one thing In blankets And we gotta get out of this damn cold too That map shows a couple of buildings nearby Maybe one of them could do the trick The museum seems like it could be a good start I'll go Good idea Mike, think you could go with her? Sure thing I'll check the building by the river Okay then Kenny You, uh, stick with Rebecca And I will check the perimeter for Walkers Sarah? Sarah You just stay here with Rebecca and Kenny, okay? Clem I know it must have been hard But thank you for talking to Kenny I'd love for you to give me and Mike a hand Looking at the museum But I was thinking How do we know Jane ain't just gonna take off? Maybe you should go with her Make sure she comes back What do you mean by that? You know, she doesn't seem to like being around people much And she volunteered to head off awful fast I guess it could be nothing I trust Jane Yeah I mean, I would've never made it back without her Just something to think about Okay We're looking for warm blankets Clean water Disinfected That all sound right? Don't worry Everything's gonna be fine Maybe I should go with Jane Better hurry and catch up then Alright everyone You know what to do Let's be fast And let's be careful Uh, okay Oh, hey Oh, hey Are you okay? Yeah Yeah It's just a lot's happened today And I don't know if Well It's sometimes good to have someone watching your back So, come on partner Let's go check out that deck I like the height Okay Okay, wow You know, you don't seem okay Huh? Well, yeah But who is okay? Let's just focus on this right now Möchten nicht drüber sprechen I hope this place is what we're looking for God knows we could use a break Okay, that's not good Okay, that's not good Is also good to defend Check this out A gate is still locked Which means that hopefully No one has gotten to whatever was locked in there In the first place Who knows what could be in there That could be a place for Rebecca to have the baby Yeah That's what I was thinking Hmm Maybe I can pick the lock The nail file? Versatility is not overrated You know Uh It wouldn't hurt to try a heavier hand with this thing See if you can find something bigger You might need to bust the mechanism Hmm 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 Nein, nicht sogar Trash. Du denkst, dass das alles noch funktioniert? Check das Muzzle, Napoleon. Oh. Sie füllen sie mit Sementen, also sie sind sicher. Ich glaube, es ist gebrochen. Sie glaubt, es ist kaputt, das heißt nichts wissen. Nicht, also... Au! Shit! Bist du okay? Ja. Ich denke, ich habe es almost geschafft. Keep looking. Okay. Ich... Okay. Die funktioniert bestimmt. Ich denke, ich sehe eine Kirche. Die größte Kirche ist ein Kilometer. Rebecca würde es nicht in ihrer Kondition. Keep in mind. Jane! Es gibt jemanden vor uns. Shit, shit, shit! Er kommt hierher. Und wer weiß, ob er hat Freunde näher. Er kommt hierher. Warum kommt hierher? Keine Ahnung. Aber wir sollten ihn ausfüllen und sehen, was er geht. Ich mag nicht, dass ein irgendeiner ausfüllen, so nahe zu den anderen. Wir haben genug auf unseren Pläten mit einem Baby kommen. Das letzte, was wir brauchen, ist jemanden zu sagen, seine Freunde über die neue, easy-targete in der Nähe. Wir sollten einfach versuchen, zu bleiben, bis er weg ist. Good call. Shit! Halt jetzt! Ich meine, der beste zu Fuß ist er ja nicht gerade. Also ich würde jetzt echt mal behaupten, dass er... Oh my god. Hm. Oh ich bin einfach ein Kind! Bitte, nicht mich schaukeln! Sie verstehen mich? Ja. Ich bin ein Kind. Bitte, mir nicht mich schaukeln. Sie verstehen mich? Ich weiß nicht. Ich bin nicht mit der Waffe abgefallen, oder? Medikamente! Ich bin nicht mit der Medikamente! Für meine Freundin! Meine Freundin ist schuldig! Die Angst macht ihr zu schreien und das macht diese Dinge kommen! Bitte! Wenn diese Medikamente für deine Freundin ist, warum sie sie in der Waffe schrauben? Ich muss sie sicher sein! Freundin oder nicht, wir können wirklich diese Dinge nutzen! Nein! Sie sind nicht gute Leute! Sie haben mich bereits zu schützen und jetzt, Sie nehmen meine Freundin? Sie sind schuldig! Sie sind schuldig! Sie sind schuldig! Sie brauchen diese Medikamente! Luke ist noch ein Waffe nach Carver! Kenny ist ein Schuss! Rebecca ist in Schmerz! Schau mal alles! Clementine, wir brauchen diese Dinge! Die Menschen sind schuldig wie du! Du bist nicht speziell! Clementine? Ja? Du musst... Du kannst sie nicht nehmen! Ich bin nicht jemanden! Lass sie gehen! Ich bin nicht jemanden! Ich bin 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 jemanden das! Dessen sie gehen! Naja! Das ist doch unbeiz post! Ich bin jemanden! Nein! Was macht du schon? Du musst das nicht machen! Der muss aber ne Gruppe haben. Der muss ne Gruppe haben. Alleine wär der nie so weit gekommen. Ich dachte, wir werden ihn mit ihm sprechen. Ich muss sicher, dass er nicht wieder zurück kommt. Geh die anderen. Ich werde den Ort öffnen. Dann müssen wir in den Weg gehen. Klem! Klem! Hey! Hast du Glück mit dem Observation Deck? Ich war nur auf Rebekah und Kenny. Sie sagten, dass sie mich nicht verletzt haben. Ich denke, dass es viel wird. Aber Jane scheint ziemlich resourcbar. Gott weiß, dass wir eine Pause können. Der Deck könnte sein, wo wir heute Abend bleiben können. Wo Rebekah haben kann die Baby. Zumindest, wenn wir etwas besser finden können. Ich glaube, das ist etwas. Ich sollte es ausprobieren. Ist Jane noch da jetzt? Ja. Sie versucht, die Giftshop zu öffnen. Ich kann sie nicht herausfinden. Ich mag sie. Doch. Ich finde sie gut. Ja. Das ist mehr, als ich für einiges sagen kann. Jane ist der typische Person, der mit Hörschung getestet wird. Aber wenn ich jetzt auf Kenny sehe, sieht er einfach... Er scheint verletzt. Verletzt werden verletzt. Ich weiß, dass du mit ihm eine Geschichte hast. Ich denke, er ist ein guter Mann. Aber ich denke, dass er viel mehr als er kann. Du bist besser? Er ist jemand? Warte, warte, warte. Ich habe nicht gesagt... Ich möchte einfach überleben. Und das bedeutet, die richtige Seite zu wählen. Ich muss die anderen über den Deck erzählen erzählen. Ja, gut. Ich werde, äh, sehen Sie zurück. Es hat ihn wohl hart getroffen jetzt, aber... Ich muss ihm meinen Standpunkt klar machen. Und es ist halt auch manchmal so, dass man schwere Entscheidungen treffen muss, um das auch wirklich durchzuziehen. Ich muss noch nicht in Arbeit sein, Kenny. Was ist etwas falsch? Nichts falsch. Babys wissen, wie zu sein. Clementine. Was findest du? Was findest du? Das Gebäude nach hinten hat eine Aufmerksamkeit. Woher der Baby wird sicherer? Es kommt so viel schneller, als ich dachte. Ich sagte dir. Du hast dich alles geholfen, über nichts zu tun. Es ist hoch, also es sollte sicher sein, von Walkern. Es ist gut. Es ist gut. Alsbald Mike und Bonnie wiederkommen, werden wir gehen. Hey, Clem. Ich bin froh, dass du es zurückgebracht hast. Wie fühlst du dich? Ich bin froh, und es tut mir leid. Ich wünsche Alvin, dass ich hier war. Ich wünsche Alvin, dass ich hier war. Alvin war ein guter Mann. Er war schön mit mir. Und immer nach jeder. Der Mann hatte einen der größten Hörst von jemandem, die ich mitgebracht habe. Ich sollte ihm das immer gesagt haben. Ich weiß, dass es ein Verlust von Zeit. Aber ich kann nicht mehr Gedanken über die Dinge, die ich mit ihm hätte gesagt haben. Dinge, die ich mit ihm hätte gesagt haben. Wie werde ich das ohne ihn tun tun? Du bist eine gute Mutter. Wir haben sicher eine lange Zeit, seit wir zu treffen, oder? Du bist ein guter Kind, Clementine. Ich bin froh, dass du da bist, um das Baby zu warten. Oh, scheiße. Ich habe das. Wir haben noch einen Moment gesehen. Und ich habe nicht gesagt, dass ich ihm nicht vertraue. Aber ich würde es sehr interessieren, wenn du ihn auf ihn geschaut hast. Ja, ich gehe auf. Ich werde alles gut sein. Also gut, wir sollen uns jetzt auf die Suche nach Bonny und den anderen Typen mal machen. Mir fällt jetzt echt gerade der Name schon wieder nicht ein. Oh Mann, ey. Ich muss echt besser aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird es mal nicht so brenzlig bei so einem Part. Zum Glück. Wie schon gesagt, schreibt mir wie immer in die Comments. Bewerten, bitte nicht vergessen. Teilt das Video mit deinen Freunden, dass sie sich das nicht entgehen lassen, was hier gerade abgeht. Also wie schon gesagt, ich finde die Story richtig geil und ich freue mich jetzt schon auf jeden Fall auf den dritten Teil. Der wird bestimmt mega nice. Ich habe schon ein paar Screenshots gesehen. Die Clementine ist da schon ziemlich erwachsen. Und ja, wie schon gesagt, ich finde es cool. Ich hoffe ihr auch und bleibt immer weiter dabei. Für die, die jetzt neu eingeschaltet haben und sich keine Folge mehr verpassen wollen, die abonnieren mich am besten. Und wie schon gesagt, immer schön das Bewerten nicht vergessen. Und wir sehen uns spätestens, aller spätestens am Dienstag bei dem Channel of the Week. Und wie schon gesagt, ja wohl, Channel of the Week müsste dann eigentlich schon wieder rum sein, oder? Bin mir jetzt schon fast gar nicht mehr sicher. Aber wie schon gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und wenn es beim The Walking Dead Part ist oder vielleicht beim Dead by Daylight mit Ich mag mich. Oder dem Tauli vielleicht auch mal wieder, wenn er mal wieder Bock hat. Oder, was ich jetzt auch gehört habe, dem Letzten so eine kleine Möglichkeit bestünde, ja. Dass ich mit dem Sergeant Grins mal wieder eine Battlefield 1 Runde starte. Aber wie schon gesagt, das steht nur in den Sternen. Ich wünsche euch jetzt noch einen traumhaften Tag. Morgen Nachmittag, je nachdem, wann ihr euch das Video gegönnt habt. Und ja, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich auf euch. Bis dann, meine lieben Freunde. Bis dann, meine lieben Freunde raus. Bis dann,inquenni Schnaltung. Duwenni... Da Jude, 그 B per Visioё. Und wir als viele Prosecco 달fraines. Habilitiesmal in weid. Da TO الك Was oderא� higher. Indie Schritte und nachdenken,�� wir es im Großen wieder. da oben sein... Was wir nicht? Da...